die alte dame ist verlass so gut die alte Welt bitte und hier unten haben wir glaube ich schon angefangen ähm nee Schweinestall Pellkartoffeln ein Feuer ist ausgebrochen da krass was hier die Feuerwehr da gut also hier habe ich drei Feuerwehr vielleicht baue ich noch eine vielleicht baue mal eine hier eine hin und er kommt auch hin alter die Kräte kommen ja alle hin okay aber das passt schon das passt schon so ähm da unten habe ich ja hier hier die anderen wurden gelöscht ein Jahr konnte habe ich doch schon gebaut genau nee so da könnte ich jetzt auch eigentlich mal ein Depot bauen gut so Admiral von einigen gelegt hier Ruhr höchstwahrscheinlich Piratenschätze ja nochmal Muschelfischern ähm Jagdglück Kampfkraft Glaube Gefechtskunde geschickt geschickt ja dann bekommt sie den noch mit dann ähm wo ist der ja gut gut und noch Items die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten mehr als bereit genau ja jetzt äh musst du ja erstmal das abholen genau gut ähm die Flammen wurden gelöscht schön der Dank geht an die kleinen Feldmäuse an die kleinen Feldmäuse äh ok alles klar gut äh wie lange brauchen die dann zu bauen die brauchen eine Minute okay dann brauche ich eigentlich auch 2 zu 1 dann baue ich hier nochmal eine und hier nochmal eine so und so und dann noch ein Lagerhaus so schön 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 und dann brauche ich warte mal äh ruchen genau hier ist rum Fleisch genau dann nimmst du nochmal das ganze Fell mit und dann nimmst du nochmal das Fell mit und dann nimmst du nochmal das Fell mit und dann nimmst du nochmal das Fell mit dann brauchen wir jetzt ein 200 Arbeiter also nicht Arbeiter sondern ähm diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an ja Moment ähm die brauche 20 Handwerker die brauche 20 Handwerker annehmen oh der hat nur einen Platz ne ah verdammt dann äh machen wir das weg gut ähm wir hatten mehr der 2 super dann bekommst du die und äh du ist die auch gleich raus ja gut was ist hier los warte Entschuldigung von der Expedition so ein Krabaukel der Spezialist möchte in ihre Stadt ziehen Krabaukel es ist nicht was schlechtes aber ich habe hier Polizei einmal hier einmal da wieso sollte gut eine Universität ah da brauche ich noch ein paar mehr aber das wird sich ja sobald ich ähm eben Pelzmäntel habe wird es dann boomen äh was mache ich denn hier so wie geht's denn mit der äh nicht so gut ja doch 12 ok es geht schon ein bisschen ähm warte dann brauche ich hier eigentlich noch eine krabaukel wieso geht's euch schlecht ach so da wollte ich eine Krabaule Entschuldigung bekommt ihr natürlich sofort hier und kein rum ja mei passiert gut äh warte was genau Piratenjagd Diplomatie Diplomatie dem muss ich nochmal um Eile mit Weile ok da zu sicher Geldgeschenk 8000 leicht erhöht schrecken der See ich hab schon schlimmeres gehört und gib es einfach her und unmöglich leicht erhöht nicht nicht bevor wir kriegen was uns zusteht die wollen 13.000 ja ok du findest das war ein Sturm das war nichts einspeicheln eingeschränkt erhöht wir nehmen es ok plus 15 möglich ok hast du was für mich darling ich wollte sie noch um etwas könnte ich mich doch nur daran erinnern der okay dann die machen wir nicht die ist komisch es war Prozent was mache ich hier ach genau Prozent die alte Welt die hatte schnitt gut was ich willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat ach genau genau Handelsmenü öffnen willkommen im Emporium Exotik und ich will stattdessen Dieter Handelsmanü sehr schön ähm für 5000 nochmal uuuh steinernde Statue Rabauke ok ähm ja will ich haben willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat und einen Rind ja ok Nutztiere 10 ich hoffe sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk Prozent nur 9.000 jahren natürlich Dankeschön das sich ja lieb so dann werden die ich hier noch mal mal ein Rind bekommen also quasi Prozent ein Ochsen neben ein Fluss Wasserbüffel und dann noch ein Rind und dann ein Fuchs wo kommt der Fuchs hin hm mal schauen so ähm hier können wir eigentlich relativ viel jetzt verkaufen ne das da können wir verkaufen machen wir auf 200 ähm das da können wir verkaufen auf 200 das da können wir verkaufen auf 200 ähm uh Brot uiuiuiui Brot habe ich kaum noch uh das ist nicht gut bleibt stabil 4 Oberkaufgaben Nini das sind um von dem Brot das ist super wichtig wir sind da also 2 zu 1 2 1 2 Und ich habe drei Brotbäckereien. Warte, dann mache ich hier nochmal zwei. Und den tun ich hier auf. Und die kann dann das hier rausholen. Ja, ist mir doch sowas von egal. Gut, dann baue ich nochmal einen Clipper, oder? Ne, eine Fregatte. Weil ich muss nämlich nochmal eine Handelsroute zwischen der neuen und der alten Welt machen und die ganze Baumwolle jetzt rüberbringen. Gut, was habe ich denn hier noch? Hospital, genau. Das habe ich schon. Universität und Museum. Uh, ich freue mich aufs Museum. Das ist ja toll. Kann ich aber noch nicht bauen. Minus 200. Das kommt hoch zur... Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt hatten. Okay. Gut. Der kommt da oben. 30 Sekunden. Ja, passt. Gut. Ähm, dann schaue ich nochmal kurz in die neue Welt. Ah, hier oben. Äh, nee, 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 Schmarrn. Da unten, genau, hier. Und zwar, wie viel haben wir denn da? Da haben wir jetzt, äh, 25, das ist ein bisschen wenig. Ähm, da mache ich nochmal, weil ich will, dass die, äh, innerhalb, dass, ähm, die auf jeden Fall 50er wieder haben, wenn, wenn meine Verstärkung, äh, mein, mein, äh, mein Schiffchen wiederkommt. Hm. So, warte. Kann das so gedruckt werden? Mal schauen. Ja, Paradies auf Erden, wir sind so glücklich, wie man nur es rein kann. Ja. Ja, veröffentlicht. Kompromissloser Journalismus. Ja, natürlich. Spielstand gespeichert. So. Hier wieder hoch. Und dann hier von. Jojo. Gut. Und der bekommt auch... Oder hier? So. Sehr schön. Ist nicht meine Schuld? Hm. Was ist nicht meine Schuld? Ähm. Wo kommen die hin? Zwei hier und hier welche und da welche und da welche. So. Das wird dann gleich wieder voll sein. Oh, naja, geht. Okay. Obwohl der Sand etwas zu gelb ist. Oh nein, ne? Oh nein, der ist ein Euro. Mhm. Wo ist der Sandgeld? So hier ist er ein paar Steine, das... das ist schlimm, aber... Sandgelb? Naja. Gut. Okay, dann gehen wir nochmal in die alte Welt. Und jetzt sind nämlich die Schiffe da. Kleinen los. Die Fregatte. Ah, genau. Möben haben wir ja jetzt auch. Und jetzt können wir... Äh, ja, ein... Handelsmenü. Ähm. Ähm. Ne, warte. Die neue Welt. Von hier. Zur alten Welt. Nach da. Genau. Jetzt, äh, auf jeden Fall. Annehmen. Ja, so und so... So viel da ist. Äh, gut. Baumwoll. Dann auf geht's. Bereit für neue Befehle. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann können wir nämlich hier... wieder neue Tiere machen. Ähm. Und zwar... Genau, kommt jetzt... Warte. Kommt hier eins hin? Ist ein bisschen blöd. Soll ich hier... Komm. So. Die Frage aller Fragen. Ähm. Warte. Ah, ich... Ich wollte nicht... Komm mal auf hier. So. Hier kommt hier Ochse. Hier kommt dann... Keine Kreatur, die atmet, möchte eingesperrt sein. Jaja. In jeder Art von Menagerie gewöhnt man sich schnell an die Rügel. Loll. Hm. Ja. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, jetzt schon. Kurz. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mhm. Das war falsch. Aber egal. Erstmal. Spielstand gespeichert. Erstmal passt das. Ja. 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 Das war's. Das war's.